Willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles China. Wir sind am Hafen und gucken mal wie das hier so wird Okay, hier ist überall dieses Wasser, das heißt wir müssen jetzt in die Hocke gehen Okay, aber ich muss definitiv herunter Oh okay Wee, fuck no Okay 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 Alles klar, gut, jetzt haben wir hier wieder ein Versteck Ich weiß nicht, wenn ich jetzt von oben da runter springe, ob ich da Schaden nehme Okay Ich versuchte es jetzt einmal, wenn wir nicht sterben, dann sterbe ich Okay 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 Es ist nur die Frage, Obwohl, wenn sie sich unterhalten, sehen sie mich ja nicht. Die wunderbare Logik. Die wunderbare Logik. Die wunderbare Logik. Das ist ein mieses Zeitfenster. Das ist schon möglich, aber... I need to get his attention elsewhere. What? Wee, live gut. Die wunderbare Logik. Die wunderbare Logik. Das war knapp. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass das passiert, aber gut. Ich hab's geschafft. Ich wollte mich jetzt eigentlich da noch hochhangeln und festhalten, aber... Ich hab's geschafft. 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 Was ist denn hier? Da ist einer, die nicht töten muss. Was ist denn? Also nicht muss, aber. Es ist für eine Nebenmission Hm, das ist jetzt nicht einfach Getscha Getscha Könntest du die Kiste dann nicht öffnen? Okay, so, den haben wir erledigt Ach nee Was, nein Nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Komme ich da dann nochmal rüber? Ach so Okay, jetzt macht der dritte Steg da drinnen Sinn Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da oben hochkomme Oh 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 Ich denke, es ist Sensei Ezio. Ich denke, es gibt zwei Menschen, die in der Suche sind. Ja, ich denke, sie sind in der Suche. Ich denke, sie sind zurückgegangen. kann man alles im stealth machen, man muss also das Spiel ist wirklich so aufgebaut, du müsstest keinen ein...